hallöchen herzlich willkommen zu einem neuen video von mir diesmal ist es sozusagen ein wunsch gewesen ich glaube bei facebook hatte mich mal jemand gefragt ob ich mal zeigen kann wie man ein perlenstieg bild auf 25 count beginnt ist auch eine gute möglichkeit und ein guter vorwand hier ein neues bild zu starten ich wollte es aber anfangen ja dieses bild ist es das ist der link aus botw also breath of the wild den fangen wir an ich habe auch schon soweit alles vorbereitet beziehungsweise ich habe die perlen schon eingefüllt die sind hier drin da zeige ich euch dann wenn wir anfangen glaube ich das ein bisschen einfacher aber ich kann ja ich könnte doch schon mal die schneiden abmachen warum nicht warum nicht ja also das ist jetzt ein reines erklärvideo es geht jetzt wirklich nur das stecken auf 25 count das ist ein neues perlenbrett da habe ich schon ein bisschen einsortiert das sind drei fächer nicht ganz voll aber schon gut befüllt und zwar das bild habt ihr gesehen wie es aussieht ich habe mir auch schon hier meine folie vorbereitet da mache ich halt immer meinen und das sehen mein zickzack das mache ich mir immer mit einer roten linie ein ich klebe auch immer seite eins und zwei so seite eins und seite zwei zusammen spiegelt so sieht das dann halt aus ich lege mir das hin und immer wenn ich eine reihe fertig habe streiche ich die mit dem adding ab das heißt wenn wir gleich anfangen stecke ich genau bis zum bis zum ende also bis hierhin und dann gehe ich heute im zickzack zurück ja und das stecken mit zickzack soll es jetzt auch gar nicht gehen sondern einfach nur wie start ich habe hier mein stoff und dann müssen wir ja auch erst mal gucken wie misst man sich das aus 25 count und deshalb muss man da auch noch mal ein bisschen gucken und da habe ich mir auch schon ein zettelchen fertig gemacht wenn ich euch den gleichen die kamera halte werdet ihr wahrscheinlich sagen so verstehe ich nicht ich erkläre euch das ist erst mal mein stoff also noch mal zum bild erst mal braucht ihr die stich anzahl so das ist das wichtigste und zwar haben wir hier ich habe das schon mal aufgeschrieben ich erkläre euch das jetzt also wir haben das bild das wird 280 mal 404 stiche groß oder groß pro zehn perlen könnt ihr zwei zentimeter rechnen also das soll zentimeter heißen ja hinter schreiben vielleicht nehmt einfach ich mache das sehr grob und sehr großzügig ihre zieht jetzt quasi einfach nur hier die null weg also dass in 28 hätte so und rechnet jetzt 28 mal zwei sind 56 das gleiche macht ihr hier ich habe quasi das einfach nur aufgerundet auf 41 ich habe mit 41 dann gerechnet bei 0,4 oder dieses 404 stiche ich bin ja davon schon ein bisschen großzügiger rechnen also habe ich 41 gerechnet auch mal zwei sind wir bei 82 cm das heißt das bild wird circa 56 mal 82 zentimeter groß das ist das bild dann brauchen wir noch den stoff ich rechne immer 20 zentimeter stoff drauf auch hier bin ich sehr großzügig ich runde erstmal auf auf 60 zentimeter plus 20 sind wir bei 80 und hier habe ich ja 82 plus 20 wäre eigentlich 102 aber ich habe einer zehn genommen weil das eine schöne gerade zahl ist ich mache das immer gerade ist halt mit sehr viel puffer gerechnet aber ich denke ihr versteht was ich meine das ist dann mein stoff also ich habe jetzt den stoff liegen der ist 80 x 1 meter 10 und dann rechne ich einfach immer wie viel rand habe ich also wenn ich jetzt mit stoff habe der 80 ist und ich brauche nur 56 bzw 60 cm habe ich pro seite jeweils rechts und links zehn zentimeter und das ist das bild in der höhe da habe ich ein meter zehn stoff und ich brauche eigentlich nur ja ich brauche eigentlich nur 82 zentimeter ich habe es jetzt sehr großzügig gemacht das heißt ich habe jetzt hier 14 zentimeter rand ausgerechnet so prima daumen habe ich platz von oben und unten das messe ich mir also gleich aus also ich gehe zehn von links nach rechts und 14 von oben nach unten und dann hätte ich da mein startpunkt wenn ihr dazu irgendwie noch mal fragen habt sagt mir einfach bescheid weil ich weiß jetzt nicht ob das für euch jetzt verständlich war oder nicht aber wichtig ist rechnet erst mal pro 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 zehn perlen zwei zentimeter ich rechne auf oder ich messe jetzt auch noch mal den stoff noch ob das wirklich auch so passt das ist schon mal quatsch der muss noch weiter ausgefahren werden lieber auch den stoff auch noch mal nachmessen bevor wir uns jetzt hier eine böse überraschung kriegen ich kriege das auch nicht alles ins bild aber falls ihr euch fragen was ich mache ich rechne oder ich gucke gerade einfach nur ob der stoff auch passt so ja wir haben 80 in der breite dann messe ich gleich noch mal in der höhe der ist auch schon vernäht ich habe diese ganzen zippe aber hier noch nicht abgeschnitten auch noch mal da haben wir ja ein meter acht das ist ungefähr nicht ganz ein meter zehn aber ist ja nicht schlimm gut das heißt ich suche mir jetzt erst mal die obere linke ecke und dafür rolle ich mir den stoff erstmal ein weil es ist super unhandlich das heißt ich lege mir den stoff hier hin und fange erstmal immer oben links anzustecken also oben links auch auf seite eins von der anleitung da fange ich an dann rolle ich mir einfach nur den stoff hier auf bis ich da bin wo ich hin will das mache ich generell bei so großen projekten früher habe ich das immer anders gemacht da habe ich nicht von unten nach oben sondern von links nach rechts gerollt was eigentlich auch total doof ist weil man die ganzen kram in der hand hat ja man findet irgendwann immer doch andere methoden das irgendwie zu machen ich werde wahrscheinlich auch gleich irgendwie ein bisschen umbauen müssen dass ich das hier auch gut sehe weil bei 25 count ist der staat wirklich der sollte schon gut und fehlerfrei sein jetzt habe ich mir das gerollt und habe hier oben jetzt noch so ein bisschen platz ich habe ja gesagt ich habe von links und rechts jeweils 10 cm ich nehme auch nicht ganz 10 ich mache das immer echt beziehungsweise doch hier kann ich auf 10 gehen ich mache mir jetzt hier einfach erstmal punkten dass ich weiß wie weit ich von links nach rechts muss und dann habe ich ja gesagt von oben habe ich ungefähr 14 cm werde ich auch nicht ganz brauchen und das muss ja auch noch mit gerechnet werden also machen wir mal so machen wir mal zwölf sicher sicher dann mache ich unten das ist mein startpunkt ich werde das gleich auch noch mal mit einer linie ein bisschen markieren da muss ich auch gleich noch ein bisschen ran so das ist auf 25 grad doch gar nicht so einfach da so eine linie hinzumalen oh jetzt kann ich gesehen also ich habe mir jetzt einfach nur eine linie hin gemalt zehn zentimeter zwölf zentimeter das sollte mir als ausreichend sein das muss ich glaube ich gleich mal ein bisschen umbauen oder gucken dass ihr das gut sieht weil ich muss es auch gut sehen ich lege mir hier meine anleitung daneben dass ich schon mal sehe wo ich hier das licht die perlen kenne ich halt auch noch nicht alle das heißt ich muss jetzt auch gleich wahrscheinlich erstmal die perlen suchen dann brauche ich einen faden das machen wir mal als erstes ich habe hier wieder mal eine super lange nadel also super lang ist eine stumpfe big eye nadel die ist hier also big eye ich nehme jetzt vielleicht auch mal nicht den super gigantischen faden den ich eigentlich nehmen würde einfach weil ich euch das jetzt zeigen möchte faden nehme ich kann ich auch noch mal zeigen das ist dieser rote faden auf der spule das ist ein 60er sticke generell auch nur einfädig und ich bin auch eher so eine knötchen tante also somit erst noch mal ran weil ich möchte hinter der linie rauskommen ich möchte dass mein faden gleich hinter der linie beginnt und ihr werdet dann auch sehen warum ich muss noch ein bisschen mit dem handy zu mir ich stehe jetzt einfach nur mal hier von unten ist es egal wo man jetzt im endeffekt ein stich das geht nur darum dass ich gleich in etwa weiß wo ich mein knoten wo ich rein muss so das ist jetzt sozusagen da wo ich gleich oder fahren raus kommt wieder rein möchte ungefähr und dann nehme ich mir einfach noch ein bisschen rein so dann werde ich einfach hier so ein bisschen durch so ein paar querfäden das muss auch nicht genau die reihe sein wo der faden rauskommt also seht ihr was naja so muss jetzt auf meine finger moment mal ich werde mal gucken dass ich das vielleicht feststellen könnte jetzt muss es gehen jetzt bin ich hier durch den ersten durch das ist am anfang ein bisschen fummelig ja also ihr seht ich nehme einfach nur hier diese quer streben sage ich jetzt mal man muss auch nicht zwangsläufig jeden mitnehmen jetzt würde ich einfach dass sie rausziehen sie den faden so weit durch das nur noch ein kleines stück stehen bleibt und jetzt gehe ich noch mal durch die gleiche stelle durch wo ich gerade rauskomme mach einfach erstmal knoten das mache ich so zwei bis drei mal einfach nur einen doppelten knoten ist jetzt nichts aufregendes also das ist jetzt der erste knoten könnt ihr das sehen das ganze mache ich jetzt nochmal ich gehe wieder irgendwie durch ein zwei dinger hier durch dann mache ich nochmal einen knoten und dann reicht das auch man muss vielleicht auch gar nicht zwei knoten machen ich mache das halt einfach nur so da wo der faden rauskommt gehe ich wieder rein und mache nochmal so einen doppelten knoten hier ist jetzt die schlaufe da gehe ich einfach nur zweimal mit der nadel von oben durch ziehe ich es mir fest ziehe hier hinten nochmal und das war es den faden kann ich dann abschneiden den könnte ich auch mit vernähen vielleicht vernähe ich noch von hinten ich lasse es einfach erstmal so stehen ich gucke mal gleich wie ich es mache dann drehe ich mir das wieder um und gucke dass ich einfach nur links neben dem strich hier rauskomme das muss nicht ganz oben sein das muss nicht ganz unten sein einfach nur so also die linie ist jetzt neben meiner nadel rechts gut und das wäre jetzt mein start da ich ja rastern will werde ich jetzt immer zehn perlen abstreichen und bei der ersten wird dann wieder der strich genauso liegen wie hier wir machen das zusammen damit ihr das auch seht ich muss halt jetzt nur gucken welche perlen ich brauche 5 hiervon gut wir stecken jetzt fünf perlen und dann zeige ich euch auch wie das aussehen soll und dann zähle ich einfach nur 12 1 2 1 2 ok hier rein ich gucke halt jetzt gerade mit euch zusammen aufs handy deshalb ist das für mich sehr schwer oder man geht diagonal also 1 2 das geht auch aber wenn er sicher gehen wird geht ihr 1 überspringen 2 1 überspringen 1 2 hier rein und jetzt ist es einfach nur wichtig dass ihr darauf achtet dass die nadel hier rein dann überspringen wir ein und so sieht das aus das heißt die nadel müsste genau auf der höhe raus kommen wo auch der faden ist also der faden ist hier links links ist der faden ein frei gelassen und da kommt meine nadel direkt daneben raus das machen jetzt fünf mal eins genau das gleiche ein frei lassen 2 ein frei lassen 2 hier rein und wieder genau gucken dass ihr einfach nur ein überspringt und dann seid ihr wieder hier ist der faden ein frei im endeffekt ist es immer wichtig dass ihr ein loch frei lasst also ihr steckt ja über zwei das haben wir jetzt nicht dreimal da kommt der faden raus für mich ist es halt auch immer sehr wichtig dass ich hier drauf achte dass ich da in der ersten reihe wirklich keine fehler mache weil das will ich nicht weil dann zieht sich das durchs ganze bild ich denke ihr könnt das gut sehen also ich gucke ab und zu immer mal auch aufs display sonst wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen schneller aber es nutzt ja nichts wenn ihr nichts seht hier ist der faden ein überspringen nochmal zwei ein überspringen nochmal zwei und man kriegt auch irgendwann gefühl davor am anfang ist es vielleicht so ein bisschen wie soll ich sagen ähm ungewohnt jetzt kommt meine farbe aber man gewöhnt sich da wirklich schnell dran also ich mag es mittlerweile wirklich sehr gern man kann halt auch diagonal ne also hier oben links in der mitte übersprungen und dann bin ich da müsst ihr mal gucken wie es für euch am besten ist aber bei der ersten reihe ist wirklich konzentration gefragt äh ich muss jetzt hier ich brauche weiß ich muss mein perlenwert hier schon auseinander bauen dann haben wir die ersten zehn perlen es ist immer doof wenn man das heißt doof ich habe zum beispiel ein bild jetzt hier angefangen das evoli bild da habe ich ja alles nur schwarz im hintergrund und da muss man ja tausend mal zählen so wie viel schwarze hast du jetzt wie viel schwarze hast du jetzt und das ist ein bisschen einfacher wenn man so ein paar farbwechsel hat dann kann man das einfach erzählen aber es geht trotzdem wenn ihr trotzdem irgendwie noch fragen haben solltet oder irgendwas unklar ist oder ihr noch was nicht versteht oder ich irgendwie noch was erklären soll oder noch mal was besser zeigen soll dann schreibt mir gerne einfach in die kommentare oder schreibt mir eine e mail oder schreibt mir bei facebook ne das ist alles gar kein problem so das sind jetzt die ersten zehn perlen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn und jetzt habe ich ja gesagt dass mein faden immer bei der ersten perle links von dem strich ist das heißt ich nehme mir jetzt mein stift und male mit einem fokus so hier neben also genau neben der faden ist hier ihr seht ihr und ich möchte genau dass der faden links von dem strich ist genauso wie gerade eben auch so 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 sieht das dann aus und dann kommen halt die nächsten perlen das mache ich halt jetzt bis zum bis zum ende der bis zum ende der reihe das sind bei mir jetzt 50 perlen können wir noch mal die nächsten zehn zusammen machen drei zwei drei fünf ich muss hier ein bisschen durchs bild greifen das ist für euch wahrscheinlich doof wir machen noch mal zehn zusammen dann mache ich bis zum ende der reihe und dann zeige ich euch auch noch mal den rückweg und also wenn man da so ein paar reihen gemacht hat dann gewöhnt man sich da wirklich ganz schnell dran jetzt muss man halt ein bisschen gucken der strich ist vielleicht ein bisschen irritieren also für mich ist da eine riesen helfe da komme ich raus ich versprung und gehe da rein gucke im endeffekt wieder dass ich neben dem faden rauskomme ihr könnt ihn auch so schräg rüber legen und seht ihr auch dass es in einer linie ist dass ihr richtig seid eins 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 zwei drei 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 und auch bei der rückreihe gibt es dann später so Tricks oder Tipps, wie man sich gut orientieren kann, dass man keinen Fehler macht. Das zeige ich euch dann auch. Hier. Ich kann euch am Ende der Reihe trotzdem nochmal zeigen, wie ich das mit dem Zickzack mache, falls es jemand sehen möchte. Wobei ich das, glaube ich, auch schon mal in einem Video gezeigt habe. Aber warum nicht? Jetzt muss ich die Perlen wieder auseinanderbauen. Viermal weiß. So. Zwei. Und der letzte Reis. Jetzt brauche ich nochmal eine kieselblaue, mint, mint, kann man es nennen, mintfarbene Perlen. Na komm. Dann haben wir wieder zehn. So. Jetzt dürfen jetzt wieder zehn Perlen sein. Eins ist immer auf dem Strich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay. Genauso wie gerade eben. Ich male den Strich genau neben den Faden. Ihr müsst das nicht so machen. Jeder macht es, glaube ich, auch ein bisschen anders. Aber für mich ist das halt so eine gute Möglichkeit. Jetzt mache ich eine kurze Pause. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich hier 50 Perlen in der Reihe gestickt habe. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt 49 Perlen. Das heißt, ich brauche jetzt noch eine. Dann habe ich die 50 Perlen in der Reihe zusammen. Das machen wir jetzt nochmal zusammen, weil ich will ich dann gleich noch zeigen, wie ich das mache, dass ich hier in die nächste Reihe gehe. Normalerweise ist es so, wenn ich jetzt die Reihe nach unten gehe, dass die Leute, also die meisten dann halt quasi hier reingehen und dann zwei weiter unten rauskommen. Wenn ich sie jetzt mal hinkriege. Also die meisten würden es wahrscheinlich so machen. Ein überspringen noch. So, wäre auch nicht falsch. Aber ich mache es so. Ich stecke ganz normal weiter, als wäre, als würde meine Reihe noch weiter gehen. Das ist jetzt meine 50 Perle und jetzt gehe ich gleich in die untere Reihe. Ich stecke aber erst mal ganz normal nach oben. Dann male ich mir wieder meine Linie. So. Wenn das Handy wackelt, das liegt einfach nur daran, dass ich immer mit dem Zoom feststelle und wieder den Fokus heranhole. Gut. Und jetzt möchte ich in die nächste Reihe. Ich bin jetzt quasi hier oben rechts von der letzten Perle und ich gehe einfach nur, also überspringe ein Loch und gehe dann quasi in der gleichen Reihe. Also dieses Loch überspringe ich und das gehe ich runter, überspringe wieder ein und komme hier raus. Und dann habe ich ja einen Zickzack. Das heißt, ich nehme jetzt keine Perle. Normalerweise würde ich jetzt einfach die Reihe zurücksticken. Da ich aber meinen Zickzack sticke, sticke ich jetzt einen Stich leer. Das heißt, wir tun jetzt so, als hätte ich eine Perle hier drauf. Und dann gehe ich wieder, ihr könnt wieder diagonal gucken oder wieder zählen. So. Ich bin quasi wieder, hier unten rechts ist der Faden. Ich überspringe ein Loch und komme daneben mit der Nadel raus. Da ist jetzt keine Perle drauf, weil ich brauche in der Reihe ja nur neun, weil ich mache hier mein Zickzack, was immer so hier lang geht. Ja, dann nehme ich mir die nächsten Perlen. Und das ist eigentlich jetzt auch gar kein Hexenwerk. Also ihr könnt halt entweder das zählen, also indem ihr jetzt Schritt nach oben, hier hin, einen überspringen, da hin. Ich kann mich aber halt sehr gut an den Perlen, die liegen, halt schon orientieren. Man kann jetzt auch wieder diagonal einüberspringen oder nach links einüberspringen und nach oben. Das ist eigentlich euch überlassen. Im Endeffekt, ich gucke da eigentlich schon gar nicht mehr groß, weil ich weiß halt, wo ich rein und raus muss, weil ich mich einfach an der Perle, die da drüber liebt, orientiere. Und da ich mich ja bei der ersten Reihe sehr konzentriert habe und da keine Fehler drin habe, weiß ich auch, dass die oberen richtig liegen. Und wenn die anderen dann halt gerade hier drunter liegen, weiß ich dann halt auch, dass die da... Und das Schöne ist, dass auch so ein Trick, man kann halt die Nadel hier so durchziehen. Das könntet ihr jetzt nicht, wenn ihr falsch einstechen würdet, weil dann wäre die hier in der Mitte von der Perle und so. Das würde schon mal nicht gehen. Daran könnt ihr das auch gut sehen, ob ihr da richtig rein und raus kommt. Jetzt habe ich hier noch... Auch ein paar sind es noch. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal... Achso, ihr seht das auch gar nicht. Ich muss ja auch mal gucken, was ihr ausseht. So, dann noch Faden, ein paar Sprengen, nächste Perle. Ja, und irgendwann wird man dann immer schneller und kriegt da auch so ein bisschen Routine drin. Am Anfang ist es wirklich... Also ich glaube, viele haben am Anfang geflucht und haben gesagt, oh, was ist das denn? Aber im Endeffekt ist es doch ganz schön. Und die Perlen. Es ist halt ein Vorteil zum 14-Counter. Die Perlen liegen halt ein bisschen besser, weil sie einen Tick mehr Platz haben, als wenn man einen 14-Count-Stoff hätte. Das liegt einfach daran, wenn man jetzt 14-Count verdoppelt, wäre man ja auch bei 28, wir haben 25, somit haben wir ein bisschen mehr Platz. Weiß und dann haben wir schon die neuen Perlen. Jetzt verdreht sich mein Faden jetzt, wo ich es fast geschafft habe. Nein, wir wollen jetzt kein Knöpchen. Noch zwei Perlen und dann seht ihr auch, wie der Faden bzw. Faden neben der Linie liegt, wenn man zurücksteckt. Dann sieht es ja nochmal ein bisschen anders aus. Jetzt kommt die letzte Perle und die liegt auch wieder. Wir sind quasi wieder genau neben dem Strich und die erste Perle ist dann halt wieder, also nicht auf dem Strich, sondern hinter dem Strich. Also auf der Reihe, wenn man von links nach rechts geht, liegt die erste Perle immer auf dem Strich. Wenn man von links nach rechts steckt, ist dann die erste Perle immer neben dem Strich. Das könnt ihr euch halt gut merken. Ja, mehr ist es eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich schon das ganze Prozedere. So sieht das dann aus. Ich benutze nur die Striche in der senkrechten, weil... So richtig, ne? Senkrecht, ja. Ich muss immer legen, waagerecht, senkrecht? Nein, senkrecht. So. Genau, so sieht das dann aus. Perlen liegen richtig schön. Und ja, mein Zickzack geht halt immer so weiter, aber ich habe euch da ja schon mal ein Video dazu gezeigt. Darum sollte es ja auch nicht gehen. Es ging ja jetzt nur darum, wie fängt man an? Wie stickt man das? Wo muss ich rein? Wo muss ich raus? Wie sieht das aus? Ich denke, das habe ich euch jetzt ganz gut gezeigt. Ich werde jetzt hier die Reihe auch nur beenden, dann mache ich auch Schluss. Ja, wenn noch Fragen sind, wie gesagt, Kommentare, E-Mail, Facebook, Messenger, irgendwie könnt ihr mich auf jeden Fall immer kontaktieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.